Musik Guten Morgen erstmal. Wir sind heute um sieben aufgestanden und dann zum Hafen gefahren. Dort haben wir eigentlich die meiste Zeit erstmal auf Lars gewartet, der Besprechungen geführt hat. In der Zwischenzeit konnten wir schlafen, haben ein Radio eingebaut, das heißt wir können jetzt Musik hören. Ja, und jetzt warten wir wieder auf Lars, dass er den Container bringt. Ja, wir sind gespannt. Wie geht's dir? Mir geht's verdammt gut. Ja? Ja. Wir sitzen hier schon wieder eine weitere Stunde in der prüfenden Hitze im Senegal, aber wir sind noch total relaxed. Ja. Das stimmt gar nicht, wir sind voll gestresst, man. Ich will, dass dieser scheiß fucking Container jetzt kommt. Mann, so eine Scheiße. Ça va? Ça va, paar. Passt du, der konnte, der in der Passoffi ist scheiße. Nach sieben Stunden warten ist es endlich soweit. Wir sind seit heute Morgen um neun am Hafen und jetzt um halb fünft ist das Ding und das ist alles. Wir haben jetzt den ersten LKW beladen, fahren die erste Tour nach Caddiaway und wahrscheinlich Mitternacht sind wir dann endlich fertig. Von heute Morgen um neun bis Mitternacht, ja? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja. Bis zum nächsten Mal.